Und äh, Dame aus Österreich, Schneekugel. Alles das Ruhige bei den Dächern der Stadt. Ich finde, Dame finde ich cool, ich finde, das habe ich ja schon mal gesagt, er kann gut rappen, technisch irgendwie crazy gut, finde ich, persönlich. Ich muss mich mal lustig anzusehen, doch wenn sie dann übertreiben, lasse ich ihr schneien, und zwar im Handumdrehen. Ich hasse Rapper, die nichts von ihrem Handwerk verstehen und rate, dass Zähne von ihnen Abschied zu nehmen, denn ich lasse schneien, bis das Kugel in den Nadern gefriert. Lass sie verbissen, nur noch Adam ist hier. Ich lasse schneien, und Bala Ramps ist hier dann kapituliert. Ich hab das Game in meiner Hand, habt ihr kapiert? Ich lasse schneien, und Rhymes vom Himmel fallen. Ich lasse es Dächste regnen, und wenn es sein muss, mit Gewalt. Ich lasse schneien, wie's euer Game, dann im Schnee persicht. Du hast es ja gerade schon geschrieben, ist mega der Kontrast zu Hood Black, was wir gerade eben gehört haben, aber richtig krasser Kontrast. Ich finde es irgendwie auch cool, mal sowas zu hören, gell? Ich finde, er ist halt so ein Rapper, der hat wahrscheinlich keine Kanten und Ecken, oder? Also ich finde, er klingt halt einfach so sehr, ich will nicht sagen so ein Zaubermann-Image, aber er ist schon sehr clean unterwegs, in Anführungsstrichen, jetzt nicht irgendwie, glaube ich, dass er mit irgendwelchen Eskapaden Schlagzeilen macht, sondern einfach so sein Ding fährt, und das ist ja auch cool, ne? Aber es ist dann immer krass, dass es so ein bisschen untergeht. Das finde ich schade. Hey, Patty, grüß dich. Ähm, ich lasse schneien. Sie beginnen wieder an die Sache zu glauben, denn diese Sätze fangen an, ihre Welt in Farbe zu tauchen. Sowas wurde lang nicht mehr gehört, sie dachten Hip-Hop wär tot, doch dann kam ich, die letzte Rettung der Messias und so. Der erste Lichtblick seit langem auf ziemlich hohem Niveau, sie hören die Beats danach, den Floh und ihr Grinsen wird wieder groß, diese Musik von Wainot. Ich bring das Schiff in den Hafen, mit all meinen Freunden drauf, jetzt sind wir da und hissen die Flacken. Das hier sind keine Imitate, fast peinlich, womit ihr chartet und wenn, macht es zumindest in eurer eigenen Sprache. Wäre das ein Deutschkurs, dann hättet ihr ne glatte Sex, denn das, was hier rappt, ist noch weit entfernt von grammatikalisch perfekt. Dieses Biss ist wie ne Schneekugel, manchmal lustig anzusehen, doch wenn sie dann übertreiben, lass ich es schneien und zwar im Handumdrehen. Ich hasse Rapper, die nichts von ihrem Handwerk verstehen und rate, dass Zähne von ihnen Abschied zunehmt, denn ich lasse es schneien. Bis das Blumenier in Adam gefriert, lass sie verwissen, nur noch Adam ist hier. Ich lasse es schneien und Bala Rhymes ist hier dann kapituliert, ich hab das Game wie meine Hand ab, dir kapiert? Ich lasse es schneien und Rhymes vom Himmel fallen, ich lasse es Texte regnen und wenn es sein muss mit Gewalt. Ich lasse es schneien, bis euer Game dann im Schnee versinkt, bis die Kälte euer Leben nimmt. Ich lasse es schneien. Wohin das Auge reicht, siehst du die Landschaft getaucht, in weiß angekommen, am Nullpunkt von Trauer befreit. Okay, geil, 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 die Bridge ist hier safe, ein Banger. Das ist wirklich ein Kracher. Ich lasse es schneien, wohin das Auge reicht, siehst du die Landschaft getaucht, in weiß angekommen, am Nullpunkt von Trauer befreit. Lieg ich auf der Terrasse von einem Haus auf Hawaii, wohin das Auge reicht, nur schlechter Rap, es tut mir aufrichtig leid. Vielleicht haut das Eis ja im Laufe der Zeit, doch zum jetzigen Zeitpunkt ist euer Traum wohl vorbei. Ich finde, Dame safe kann richtig gut singen. Ich finde, Dame kann richtig gut singen. Mir gefällt es so gut. Ich will es nochmal hören. Ich lasse es schneien, wohin das Auge reicht, siehst du die Landschaft getaucht, in weiß angekommen, am Nullpunkt von Trauer befreit. Lieg ich auf der Terrasse von einem Haus auf Hawaii, wohin das Auge reicht, nur schlechter Rap, es tut mir aufrichtig leid. Vielleicht haut das Eis ja im Laufe der Zeit, doch zum jetzigen Zeitpunkt ist euer Traum wohl vorbei. Denn ich lasse es schneien, bis das Blut in ihren Nadern gefriert. Lass sie verwissen, nur noch Adam ist... Das Video ist halt so ein bisschen, ne? Aber ich finde den Song wirklich gut. Also ich finde es schon so ein bisschen schade, dass meine ehrliche Meinung, dass das Video so ein bisschen... Man mag es jetzt... Also ich weiß nicht, aber ich finde es irgendwie ganz cool. Ich lasse es schneien und Baller im Sitz... Ich finde, immer wenn Künstler... Also ich glaube, Safe, der Einzige, der einen Superhelden pullen kann in den Musikvideos, Eminem. Kann das sein? Bei allen anderen finde ich so ein bisschen, ah, dieser Comic-Superhelden-Style ein bisschen schwierig. Weil er halt einfach vom Song ablenkt, ne? Und er zieht den Song so... Ich will nicht sagen, es ist lächerlich, ne? Aber es ist... Ich weiß es nicht. Ich finde den Song zu gut für das Musikvideo, wenn ich ehrlich bin. Ich hab das Game in meiner Hand, habt ihr kapiert? Ich lasse es schneien und Rhymes vom Himmel fallen. Ich lasse es Texte regnen und wenn es sein muss mit Gewalt. Ich lasse es schneien, bis euer Game dann im Schnee versinkt, bis die Kälte euer Leben nimmt. Ich lasse es schneien. Crazy Dame. Also ich hab das Gefühl, das sind auf jeden Fall die ein oder anderen Dame-Fans hier im Chat, Leute. Und ich sage den Song gerneètres sich auf jeden Fall. ein einfach zu sagen, irgendwas stück da cracked asking. Vielen Dank.